Was geht ab YouTube, Marvin hier live vom CBS Pharmacy Parkplatz in San Diego und ich mache mich jetzt auf nach Las Vegas, habe noch ein paar Kopfschmerztabletten hier eingekauft und ja, let's do this! Und so eine schöne lange Autofahrt ist natürlich die perfekte Gelegenheit, um sich mit einem hochintelligenten und anspruchsvollen Hörbuch während der Fahrt ein wenig weiterzubilden. Bushido, eine Air Scooter-Junge-Produktion, gelesen von Bushido. So ein Kanister ist immer handlich, wenn man mal im Stau steckt, ne? Ja, oh! So, endlich in Vegas angekommen, 8 Stunden Autofahrt. So, wir haben dieses Mal im Circus Circus eingecheckt, weil das das Einzige war, was irgendwie noch preislich verträgbar war. Ach doch, ja? Hättest du mal im Auto gemacht, Mann? Das ist das Ganze. Wo sind wir jetzt gerade? In welchem Gebäude? Was haben wir denn noch? 42 Minuten? Für Strip Clubs? 8%? Nein, so es ist 5% Es ist 5% Es ist 5% Es ist 35% Es ist 40% Ist das nur Nevada Oder es ist every state? Nein Hier ist es ein Intertainment Es muss sein Anbieter oder so Wow, das ist großartig Do you guys wanna go see some girls or what? Dude, seriously Er ist straight Und er ist horny Für die Nacht So, wenn du Trying to pitch A Strip Tees Club Wenn du mit jemandem Du musst mit diesen Leuten Shut up Where are you guys from? Ich bin aus Deutschland Und er ist aus Deutschland Es ist das erste Mal hier? Ja Ja, das erste Mal Das ist das du f***ing machst 3 Uhr in Vegas Wo sind wir jetzt? Vegas? Las Vegas Du hast mir f***ing recorded Oh shit Es ist ein langes Weg Hey guys Let me plug Any Strip Club in Vegas Las Vegas Strip Clubs Call me There you go We got a little more service to Strip Club Better any man Call me any man Alright Bayern Munich Well nice to meet you man Bayern Munich Bayern Munich Thank you so much Have a call Was ist passi Of course Girls was good for tonight I don't know, what's that? You guys don't know? No There's nothing Just don't bother with it Okay I'm from Germany Oh really? Yeah Where are you from? United States United States Yes Really? Of America? Yes Wow That's f***ing awesome First time in Vegas? Yes What about you? First time in Vegas? Yes Are you serious? Yes Yes Wow It's my birthday It's your birthday? Yeah Really? 21? No more birthday You gotta be kidding me Seriously You gotta be kidding me Really? Yeah Happy birthday Happy birthday You guys just stay here for the weekend And now you're just like standing here Next to this dude who wants to sell what? Strip club Strip club Strip club man Do you have a great time? Yeah Is that great time? I'm f***ing Alright Bye bye Strip club Yeah We come back in 15 minutes You guys wanna go to a strip club today? Free limo free entry strip club Huh? You wanna go to a strip club? No No Thank you No I can get you like a free limo ride and like $20 of free drinks You just have to give me like a hundred bucks Take your shoes off now Really? Is that like a law? Like 3 and plus? Oh yeah 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 Thank you Thank you Seriously Feel free Express your feet Yeah No It's the most normal thing in the world No It's the most normal thing in the world Exactly You're me Do you wanna go to a strip club? What? Do you wanna go to a strip club? This is my phone Hey look at that It's amazing This is my It's called the Blackberry Did you ever hear of a Blackberry? A lot of the technology hasn't arrived in my life Blackberry was gone a long time But it's coming back right now Hey dude do you wanna go to a strip club? I like Bernie Sanders but I'm not gonna do it Oh you like Bernie Sanders? Bernie Sanders likes strip clubs a lot I'm from Germany Oh Say hi to Germany Say hi to the best company in the world Hey Germany Bernie Sanders makes me happy Please Is this gonna get on YouTube in Germany you fuck? You shit too Give people fucking healthcare It's not a fucking It's not a mind blow It's nothing special 50% of America elected Barack Obama 50% of America elected George Bush So clearly America is a country of great people And bad people You're still fucking filming me and it's okay And I hope this goes viral in Germany By the way Jürgen Klopp is the greatest human being that's ever lived Dormann is by far the best team in Europa But you know what? We beat Europa Or Hey fuck you Where's the party? Was ist das? Was ist das? Where are you guys going? Das ist hier, Claire. Das ist hier, Claire. Das ist hier. Hör. Das ist hier. Das ist hier. Hallo. 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 Was sind wir heute? Was sind wir? Wir haben die Situation. Wir kommen nach einer бар. Wir kommen nach einer bar. Mit anderes Growny. Wir schauen uns nach. Wir kommen nach McDonald's. W solid Grande sein. Wir kommen nach einer bar, auf dem Okay? Hier oder hier〜? Wir haben gute Dienste? Wir haben gute Dienste? 10 Monate. Los geht's! Guten Morgen aus Las Vegas. Wie lange haben wir geschlafen? 90 Minuten. Wir haben Tickets für Wet Republic. Das heißt, müssen wir uns jetzt gehen. Wir sind schon ein bisschen spät dran, aber wir tun uns das Bestes. Ich bin damals aus der Warmstadt. Es ist glaube ich halb eins oder drei vor der Eins. Oder für die Wessies vor der Vor-Eins, äh vor der Vor-Zwein. Nicht dummer Aussie. Wir müssen jetzt irgendwie durch die halbe Stadt fahren, weil wir natürlich unser Hotel nicht in der Nähe von unseren Events gebucht haben. Da haben wir wieder mitgedacht natürlich. Hi. Wir haben erst eine Bock auf Alkohol. Ja. Wollen wir hier hineinsteigen? Da sind wir unter uns. Die Monerail wird von Einheimischen auch gerne als Schlafplatz benutzt. Wir sind auf jeden Fall schon super zu spät. Die Poolparty ist, glaube ich, schon seit ein paar Stunden beim Laufen. Es ist jetzt wahrscheinlich nur eine Schwänze da, so wie gestern auf der Party. Weil wir wieder zu spät sind. Zum Abgrasen. Das war's. 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 Es war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.